Und damit Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu The Cave Wir sind hier in dieser wunderschönen, dramatischen Höhle mit Elmonkey Bonkey Mit der Elfriede Wackeldackel und hier natürlich mit The Person himself, dem Stinker Und wir haben hier irgendwie die Aufgabe, massig an Tickets zu besorgen Und wir sind, glaube ich, das letzte Mal hier verzweifelt, weil der laute Lukas Dingens nicht so ganz funktioniert Bitte, ich glaube, das hat hier damit zu tun, irgendwie mal hier so hoch zu klettern Vermute ich jetzt mal Wie war jetzt? Steuerung, so Hepp, hepp, da hoch Ah, ich erinnere mich, hier sind wir, glaube ich, letztens auch hoch Und da haben wir irgendwas gefunden Genau, die Gewichte nochmal Wo ich auch noch nicht weiß, so richtig wirklich, wie ich den quasi veräpfeln kann Ich würde es ja fast versuchen mit so ein paar Ballons Wenn ich die habe, dann wird ja quasi das Gewicht von mir ein bisschen verringert Hier brauche ich eine Sicherung Ja, sag mir, was du willst Karneval Was ist das hier? Handel Cool Wofür brauche ich die Handel? Kann ich hier mitfahren? Huch, nein Hepp, hepp Sache mal Stinker, wirst du dich jetzt da sofort gefälligst An so eine Gondel hängen Sehr gut Aber jetzt habe ich die Handel mit dabei Vielleicht ist das nicht so günstig Ah, okay Was ist das? Mangelnde Balance Hm, Monkey Monkey hat das wohl nicht einfach in der Kindheit Wollen wir mal gucken, ob wir hier Hepp, so Habe ich jetzt die Handel? Wo ist die Handel? Ach, da habe ich noch eine Hand Okay Gibt es auf der anderen Seite was? Das würde mich jetzt mal brennendst interessieren Hm So Das komische Gesicht in der Mitte Sieht auch, aber sehr, 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 sehr Enthusi... Oho Okay Alles klar Da kriegen wir eine Sicherung her Die braucht man unten Also werde ich mal kurzerhand hier Moment Zack, zack Äh Äh, bump Hier, Doppelklick Bämsen Weg mit der Handel Ich brauche die Sicherung Die würde ich da hinten einsetzen Dann Ach Da geht es nicht hoch Da geht es auch nicht hoch Nur noch mit dir hier Hepp Dun 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 Ich mag ja so eine So eine creepy Mucke Also so eine So eine Psycho Psycho Mucke Also das bin ich Bin ich richtig Fan von Okay Wo bitteschön geht das Stromkabel hin Hier nicht Moment Hauptsache ist das so wie wollt Mit dem Oh Ob ich die Steuerung noch hinbekomme Hier heute Ich weiß es nicht Darüber, darüber, da rein Okay In den Felsen geht es rein Was Exotisch bekleidete Können es nicht Frauen sein Vorschlaghammer Damit kriege ich bestimmt unten Das Ding ist nach oben Was können wir mit dem hier machen Gopis Weiß nichts Gehen wir mal hier hoch Eine Handel Geht das vielleicht mit einer Handel Wir testen es mal Sieht ja so fast aus wie eine Sicherung Fast Keine Ahnung wie ich auf die Idee komme Aber Ne War auch die falsche Idee Leerer Sicherungskasten Wie kriege ich die Sicherung da drüben raus Und was kann ich mit der Handel machen Mit dem kann ich auch nichts machen Gehen wir mal runter Was ist hier Handel Gewicht Tralala Es hat Klick gemacht Huch Oh Gott Ist ja eine Riesen Machen wir später Ich muss erst mal Wo zur Hölle geht sie überall hin Vorschlaghammer Ist er nicht kräftig Der Stinker Leck mich fett Oh Schraubenschlüssel Äh Warte mal Ich lasse mal die Handel hier liegen Neh mal den Schraubenschlüssel mit Ah okay War ich nicht Regt euch nicht so auf Verdammte Axt Huch Willst du mich verarschen Scheint so Ähm Okay Das heißt Den platzieren wir mal hier oben Oh Gott Und jetzt kommt die Abenteuerin Mit der hole ich Ach jetzt muss ich ganz nah oben Wenn der war die Handel holen Ach du Gott Hä Na Sag mal Elfriede gehorcht nicht Das ist nicht gut Ja Ja Das ist richtig So Hier hoch Ist auch ein riesen Teil hier Ein riesen Rummelplatz Äh Hier brauchen wir die Dings Bums Die Sitscherrunk So 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 Sehr gut Wo ist Elvinos Texte Schraubenschlüssel Madame Hallo Hepp Ach du Gott Hepp Hepp Mir ist gerade bewusst geworden Dass das ganze Ding Gar nicht mehr laufen wird Aber gut Egal Jetzt haben wir erstmal eine Sicherung Die ist wichtig Müssen wir hier rein Stopp So Jetzt wieder den hier Weil er läuft ja wieder Genau Aus die Maus Hier rein das Ding Zauberhaft Jetzt kommen wir an das Ding hin dran Dann schwubbidiwupp Nehmen wir das Teil doch glatt Aber wir müssen Aber wir müssen glaube ich Hier zurück Dimm 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 Bamsen. Ticket. Nehmen. Nein. Krieg ich zwei? Ne, schade. Rummelticket. Wo war, wo war, wo war, wo war, wo war? Hier vorne war. Sehr gut. Fehlen nur noch zwei. Die kriegen wir auch noch hin. So ein bisschen habe ich ja schon eine Idee. Also mit der Handel vielleicht möglicherweise kommen wir an ein nächstes Ticket. Wir werden aber oben erstmal die Sicherung wieder rausmopsen. Huch, nein. Die ist aber auch stürmisch, die Frau. Ja, 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 ja. Du guesst gleich wrong. Glaub mir mal. So, und zwar hier schmeißen wir gleich die Schmeißen wir gleich die Sicherung rein. Komm, oh. Hepp, hepp. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Ja, du bist so stark. Wo haben wir die Handel? Ach, die ist, glaube ich, bei dem, genau. Die ist ja beim Stinker da oben. Da hatten wir die, glaube ich, geparkt. Jo. Ihr habt Spaß hier, ne? Warte mal, kann ich hier? Die Gruppi sind auch geil. Der in der Mitte sieht aus wie Icke. So. Stinker. Walte deines Amtes. Uschi, Puschi. Walte du deines Amtes. Sehr gut. Weiter geht's. Wubbeli, 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 wub. Das kriegen wir gelöst hier. Das kriegen wir gelöst. Das flutscht der hier gerade richtigst. So. Dann kriegst du hier die Sicherung. Ajo. Mhm. Wie? Das war's? Deswegen hab ich jetzt die Sicherung eingeklatscht. Spannend. So. Nehm mal die Hantel wieder mit. Wir müssen mal eben zu diesem Typen. Der das Gewicht schätzt. Klingt hier, glaube ich, oben lang. Wenn ich mich recht entsinne. Warte, warte, warte. Dann gucken wir doch mal. Ich kann guess, du wächtest in 0 lb. Du wächtest genau 225. Wieder wieder. Du verlierst. Du wächtest 225. Wieder wieder. Du wächtest. Du wächtest. Mein bester Wächtest ist 225. Wächtest du wieder. Du wächtest. Hm. Schade. Ich dachte, das wär's jetzt gewesen. Wächtest du wieder. Hm. Okay. Also mit der Hantel hat's nichts zu tun. Da hab ich, glaube ich... Ja, ja, ja. Ich weiß. Hab ich, glaube ich, falsch interpretiert. Erbacked by popular demand, Magnifico, the Magnificent, will perform an encore of his world-renowned disappearing act. Christo Magnifico! Bamzy! Ähm. Thank you. Please hold your applause. Ähm. Get ready for the magic act, the hog traders weekly call. Mind numbing and has nothing to do with selling pigs. Now you see it. Now you don't. Don't try this at home. Magnifico! The Magnificent! Hihi. Alles klar. Äh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Schubli dobilidu. Na? Na klar. Ja. Ja. Wusste ich's doch. Juhu. Sehr schön. Bamzen. Die nehmen wir mit. Und dann hauen wir mal. Die unten rein. Fehlt nur noch eine. Jetzt muss ich mal kurz grübeln, wo wir die eventuell herkriegen könnten. Na, Monkey Bonky. Alles frisch bei dir. So. Hineinsch... Ins Loch hätte ich jetzt fast gesagt. So. Einer fehlt noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Im wahrsten Sinne geht noch einer. Reign. So. Das hatten wir ja hier. Da drüben war, glaub ich, auch alles schicke. Den Howling Lucas haben wir. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaub, da ging's ganz weit oben, ging's noch weiter. Wo ich dann quasi aufgehört habe. So. Jetzt sagt mir der Timer schon wieder, hör auf! Das ist schon wieder oben, der Part. Dann sag ich aber, nö, will nicht. Wir machen heute mal hier wenigstens noch die letzte Karte, wenn sie gleich kommt. Unglücksrad. Genau. Hier zum Beispiel war ich noch nicht. Komm und play the Colorwheel game. That was cleared of all charges of game rigging by the Carnival Oversight Board. Three weeks running. And the color is... Red. Voll doof. Grün. Willst du ihn verarschen? Pass auf, jetzt hab ich grün. Nochmal. Und die color is... Grün. Gibt's mir da veräpfeln. Na, geht's wieder rot? Wenn ich jetzt wieder rot habe, ist das natürlich gefaked hier. Ne, das ist schon zufällig. Na, komm nochmal. Jo. Ja, na komm. Grün. Ich hab Ausdauer. Ja, ich hab Ausdauer. Und damit herzlich willkommen beim neuen Let's Play namens... Nervt das Rad. Komm. Das ist jetzt die Frage. Hab ich ne Chance oder muss ich noch vorher was machen? Better luck next time. Blue. Green. Better luck next time. And the color is... Green. Better luck next time. Ob das jetzt vielleicht funktioniert? Und the color is... Red. Better luck next time. Ich glaube, das ist zwar zufällig, aber er wählt nur aus den zwei nicht ausgewählten... ...aus. Hm. Na gut. Sieht ein bisschen tricky aus. Ähm... Unglücksrad. Warte mal, was ist denn hier oben noch? Na komm. Ander. Stinker! Gehst du ran, na? Geh doch mal ran wie ein Mann. Na, geht doch. Dass er sich immer bitten und betteln lassen muss. Ach, das ist hier der... Ach so. Stimmt. Hier ging's hin. Ah, ich erinnere mich. Hm. Das ist hier der... Na gut. Ähm, wir machen mal folgendes. Wir machen mal hier einen Cut. Weil ich, ähm... A, stand jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Ähm... Und B... Ich den Part nicht so überlang machen möchte. Schwupp, schwupp. Wir werden uns hier das nächste Mal bei diesen... Herald. Ich bin hier am abmoderieren. Moderieren. Ja, ja. Deswegen heißt es auch Unglücksrat. Nun gut. Wir werden uns diesem Rätsel hier morgen stellen, wenn es wieder heißt Let's Play The Cave. Äh, mit dem Stinker. Mit Elfriede Wackeldackel. Und natürlich mit Monkey Bonkey, der so ein bisschen hier... ...den Entspannten raushängen lässt. Nicht wahr? Also, wir sehen uns. Wir rätseln morgen weiter. Bye, bye. Tschüss.